so jetzt zu einer zweiten Runde Hunger Games wieder mit dem Reinhardt hallo der diesmal sehen wir ihn glaube ich auch oder um ich sehe dich nicht das ist wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite auch vielleicht kann ich nicht wie das deutsch wird gar da bin ich ich sehe dich wenn du jetzt gerade ausguckst der der bin ich ah ja ich sehe dich ok gut ich bin genug Letzterer und Sohn war super jetzt kommen die Regeln deine Mutter hat sie ja na klar sofort so okay ich versuche mir wieder schwer zu krallen das wäre geil ich kann ja aber die wieder ein paar Leute um die und schon mit dem Bogen also die Bestandteile vom Bogen ok ok hoffentlich schaffe ich es komm auch ja mh 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 so und nein 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 hat mich runtergehauen hat mich runtergehauen doch ich woher geht mh raus hier raus Hilfe ich werde verfolgt Hilfe Hilfe oh bist du noch am Leben ja ich habe aber zwei Herzen verloren gehabt und ich habe das einste was ich bekommen habe bis Kohle ich habe nur Faden und Sticks bekommen so und ich krall mir hier gerade ein der hat Stiefel an den die will ich komm gib mir deine scheiß Stiefel ey okay dem seien es geht es geht es geht aus wie Erde und hat Gras auf dem Kopf drauf das sieht geil aus ich gebe mir die Kisten hier oh jetzt lass geleckt kurz aber jetzt setzt ich glaube ich habe ihn gleich so viel kann er nicht mehr haben der Arsch komm gib mir deine scheiß Stiefel gib sie mir doch brauchst du doch gar nicht so wie ein Fleisch ich kann mich die ganze Kisten am Strand wiederholen wie gerade eben komm ich hole mir die ah die 13 Weizen sind schon weg oh äh ich oder nein was du ich versuch das jetzt das Eisenschwer zu kriegen holt wir die am Strand ne ich hole mir die Axt ok dann mach das aber Essen brauchen wir auch noch ich hoffe ich schaff das komm lauf komm lauf komm lauf ja ich renne ja ne ich meinte mein Charakter hier achso so komm blättern zockt hier nicht ja geknackt geknackt komm stirb geh rauf oh fuck fuck da versucht glaube ich einer äh hochzukommen hä oh der hatte einen goldenen Apfel wie geil äh da hinten ist schon einer holte sich die Eisenachse der Wichser da ich hole mir jetzt mal deine Kisten am Strand ja mach ruhig ähm ich glaube ich bring noch nen Gegner mit ja also zur Party die ja so ungefähr mal haben die mit den allen Ernstes äh nen Faden und ist den Stick geklaut am Spawn was soll ich jetzt mit zwei Fäden und zwei Sticks bringt ja einem nix so im Prinzip ich glaub die die Kisten am Strand hat jetzt schon anderen geplündert die erste war leer oh kacke ey das der ist jetzt kacke ich hab nämlich selbst ein Stück vom Weg verbaut aber jetzt geht's wieder oh okay gut das darf ich nicht machen ja ich hab eine Liane weggeschmissen hey du hast doch Kohle ne ja ich hab ne Angel ja da könnten wir Fisch braten wenn wir den Ofen äh sobald wir den Ofen haben oh da kommt einer da kommt einer da kommt einer BÄM Waffe nein hat er nicht ich auch nicht komm aber mit der Angel kannst du ja anziehen oh der hat ein Goldschwert wuuuh wuuuh was du äh kletter auf dem Gebäude drauf und zieh mit der Angel hoch und dann stoßen runter äh ne äh er hat sich gedacht ne den verfolge ich mal nicht den Kerl den mag ich nicht der hat einfach nur sein Goldschwert gezogen und dann bin ich weggerannt sagt geht nein da ist anscheinend schon einer hoch weil äh das sind die Jahren abgetrennt und ich kann nicht auf das Blatt drauf weißt du wo du immer hoch gehst ah das ist natürlich doof anderen Weg kannst du nicht gell nee ich hab keinen gefunden aber ich hab ne Schüssel das ist schon mal super aber weißt du was ich verbau den jetzt den Weg ist das nicht mehr runterkommt ich schlacke die ganzen scheiße Jahren weg also wäre geil wenn er da nicht mehr runterkommen könnte wo hoch hoch war ich über eine runtergefallen okay gut ich hab genug Schüssel für uns beide ich hab drei Stück ja ich bin grad mal den Turm runter du springst so ja dann hat unten eine die Hand dran ach ok hast du schon die im Wald geplündert äh ja die hab ich schon geplündert ich laufe gerade zu einer Kiste wo ich ganz sicher ich komme da gerade entgegen ja ok dann kannst du mir ein paar Sachen geben da ist eine Schüssel danke wie großzügig ja ähm ich kenne ein Gebäude da sind sau viele Waffen drin ich hab auch ein Gebäude aber ist hier was drin ja ganz oben ist eine Kiste mit Steinschwert das hol ich mir jetzt aber nur eins wahrscheinlich ja leider ok ich glaub da ist nur ein Lederbrustharnisch drin dann bekommst du meinen Helm ne russisch dann lieber aus wenn du den Waffen hast dann äh hat den jetzt einer von uns gute Voraussetzungen gut weil ich bin jetzt äh mir fehlt jetzt nur noch ne Hose nein da kommt einer mit einem Eisenschwert auf mich zu ich komm mal zu dir hoch ja ja verfolgt er mich noch ja er verfolgt mich Achtung waaah hu 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 helf mir helf mir ich hab nur noch zwei Herzen ah scheiße danke danke waaah er hat mich auch gleich ich renn weg Verzeihung ich konnte nix machen Reinhard ah ah egal mein Goldapfel besetzt hier jetzt noch nicht ein ah Mist ich bin erst weggerannt weil in der Hoffnung du rennst hinter mir her ja genau hat der dich? ne der verfolgt mich oh scheiße ich hab nen Keks für dich wenn du willst eh ja ich will mich ja ganz wohl Hund machen dir helfen aber ah da bist du ja versteck dich irgendwo fress irgendwo hin und duck dich ja weil der verfolgt dich aber nicht mehr ich renn grad trotzdem noch weiter weg ok geh am besten ins Dorf rein ne 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 ich hol mir jetzt die Kisten an der Kirche die sind doch bestimmt schon geblündert ne die eine da hinten nicht die kennt kaum jemand und die eine auf dem Blätterdach auch glaube ich nicht die kennt keiner die da hab ich mir geholt die da die da ja die hinter dir ja weiß ich die war leer ja also warte ich geb dir kommt noch mein Keks ah ja genau doch doch hack esse ich mir dem mal ich schau jetzt erstmal ob die auf dem Blätterdach noch da ist ist im Obsidian Ding da irgendwas eh in dem Obsidian Ding ist auch eine Kiste ne Echt, wo? Ja, komm, äh, komm mit. Ähm, also so, äh, versuch doch mal hochzukommen. Ja, ja. Also, äh, geh erstmal auf den Erdblock da drauf. Ne, warte, ne, ich weiß genau, wie man da hochkommt in den Obsidianblock. Ich muss nur kurz hier aus dieser Strömung raus. Und dann kannst du die, äh, Kiste ist dann geschenkt. Kiste ist dann echt geschenkt. Echt? Ich wusste gar nicht, dass da eine Kiste drin ist. Also gut. Und, äh, ne, warte, falsch. Es war die falsche Liane. Du kannst auch von hinten einfach durchgehen, oder? Anni, doch nicht. Doch, doch, das geht. Ah, ja, 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 stimmt. Was, blätterdach? Ich bin unterm Blätterdach. Du kannst auch anders, du kannst hier zwei Blätter wegschlagen. Ja, ich muss aber trotzdem noch hier, ähm, hochgehen. Ah, ja, ich sag ja nix. Weil hier hinten ist nämlich auch noch eine Kiste. Auf dem Blätterdach. Die hole ich mir jetzt mal. Boah, hier geht's auch ziemlich weit hoch. Hinter dem Obsidianring. Ah, nö, da war's. Ah, ja, da. Ich seh die Kiste. Ja, ich hab's grad verpeilt, glaub ich. Ne, da vorne ist hier vor dir. Ist in der Kirche auch? Eigentlich, äh, Kiste drin. Ja, da ist leer. Äh, ja, ganz oben ist einer. Ja, da vorn, da oben ist ein Gegner. Echt? Ja, in der Kirche sind, glaub ich, mehrere. Okay. Aber, äh, soll jetzt, g' mal, warte, ich muss dich mal finden. Ich bin hier vorm Obsidianblock. Ja, du musst, äh, runterkommen. Am besten, du, ähm, schlagst die Blätter weg oder so. Ja. Oder du gehst halt wieder runter und gehst von der Seite rein. Oder warte, nee, nee, geh weiter nach vorne. Oder? Ich muss mal gucken, ob du da runterkommst. Ja, da kommst du runter. Ich weiß. Na, ich spring nicht weit genug, ey. Aber hier sind ganz schön viele Pilze, die nehm ich mir mal mit. Ja. Ich hoffe, die Kiste ist noch nicht leer. Könnte sein, dass es gut ist. Ach, ja, da hinten sehe ich die. Ich mach mir mal kurz ein paar Schüsselpilze. Ja. Pass auf, dass keiner kommt. So. Und da ist ein Diamant später drin, ne? Ja. Leer. Ach, schade. Nächstes Mal, ja, nächstes Mal guck ich da schnell. Ja, direkt hingehen, ne? Ja, siehst du, dann kannst du hier vom Sand hier drauf und dann kannst du direkt hier hochklettern. Glaube ich. Ich geh jetzt da nochmal raus. Sind die Leute noch bei der Kirche? Äh, warte, ich, da muss ich ganz hoch fliegen. Weil die waren ziemlich weit oben. Ähm. Ne, da läuft gerade bei einer runter. Achso, was hat der? Peter, du... Peter, du... Uh... Untertitelung des ZDF für funk, 2017